Mahlzeit, Job wieder hier. Heute spiele ich noch eine Runde Zombie Defense. Gestern wollte ich ja eigentlich noch bei der letzten Welle zeigen, wie die letzte Welle aussieht. Ich habe es leider zweimal nicht geschafft. Das waren echt zu viele Zombies, die haben echt zu viel ausgehalten und mit den drei Sheriffs, das war natürlich die Aufgabe, da habe ich das echt nicht hinbekommen. Heute will ich aber mal eine 3-Mann-Challenge, wäre natürlich auch geil. Also Teamgerüstes auf 3-Mann-Höhn-Zombie-Ausdauer-Gold-Upgrade zu verfügbar, Teamgerüstes. Ach schade, ich dachte, ihr könnt mit ein anderes Spiel. Warum setzt es jetzt hier auf Englisch? Das verstehe ich nicht. Ich will die TV-Challenge mal ausprobieren. Ich zeige euch mal die TV-Challenge. Also schütze den Kameramann während allen Missionen. Okay, wir probieren es mal einfach. Hier geht es los. Ich habe schon jetzt neue Einheiten mit AK-47 und dergleichen. Das hat richtig Spaß gemacht. Die Welle habe ich auch geschafft. Wenn das jetzt hier nicht so gut klappt, dann mache ich da erstmal weiter. Rauer aus der Hölle. Okay, Start. Man kann sich übrigens vorne beim Ladebildschirm, wenn da steht Get Money, raufklicken. Ich dachte, da muss man Geld kaufen. Da bekommt man Geld. Einen täglichen Einlog-Bonus. Warte nicht länger. Lauf von einer an. Okay, das haben wir schon. Hier ist der Kameramann. Shit. Komm mal hier rüber. Äh. 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 Hier. Äh. Ich nehme den mal hier rüber. Und den dafür hier hin. Ja. Äh, äh. Ähm. Äh. 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 Da sind jetzt mittlerweile so viele. Die halten ja ganz schön was aus. Ich muss die erste Welle überleben, 6 Zombies sind es noch. Man kriegt für jeden Zombie, wie er da von stand, Geld. Ist der teuer. Dem Kollegen, äh, hinzubekommen hier wieder, Das kostet ja richtig viel Asche. Oh mein Gott, mach mir bloß die Zombies weg. Ja, hier haben wir jedenfalls so einen Jäger. So in der Art. Also eine Art Jäger. Gab es hier eine Versorgungsküste? Oder gab es doch gar keine. So, hier habe ich den erstmal aufgewertet. Diese scheiß Köter, die nerven richtig. Von der Seite kommen auch welche. Ich hole den hier rüber. Oh scheiße. Okay, offensichtlich ist das schon weitaus kniffliger als... Oh, ich muss den Kippen, hier Rekord. Das ist ja mal richtig scheiße. Ich muss mir halt noch so einen einfachen Söldner holen hier. Okay, ich habe es erstmal falsch gemacht. Ich habe es falsch gemacht. Ich probiere einen ganzen Crample nochmal. Ja, Mission vollzeitig beenden. Gold Upgrades. Nix. Nix. Ich habe noch ein Guthaben. Ich probiere das nochmal. Zwei von 20. Muss ich jetzt direkt weitermachen? Oder kann ich von vorne anfangen? Neustart. Ja, ich will sie neu starten, brother. So. Okay. Gehen, wo wir hin, da ja. So. Erneut draufklicken. Ich erkenne den Typen. Aber ich glaube, ich brauche einfach zwei von denen, sonst schaffe ich das nicht. Kann ich den aufwerten? Ne, den kann ich auch nicht aufwerten. Ich brauche auf jeden Fall diese beiden. Ich habe das schon gesehen. Das funktioniert leider ohne nicht. Und außer ein bisschen hin und her laufen kann ich dann auch letzten Endes nicht allzu viel machen. Ich bleibe lieber auch auf dem Kameramann hier. Die halten auch ganz schön was aus. Diese verdammten Zombies. Ja, aber man merkt schon, zwei Vorwaffen sind besser als eine. Den kann ich auch werten. Das Upgraden wäre das jetzt gewesen, ne? Erste Welle ist geschafft. Oh, für die zweite Welle hole ich mir jetzt aber so ein... What? Ich kriege keinen weiteren dazu. Okay, aber es gibt ja Kohle. Für viele Zombies gibt es natürlich auch viel Kohle. Fuck halt nicht viel aus. Jesus. Das ist zu heftig. Oh fuck ey, ich habe zu... Ich war zu langsam. Oh, save the brother. Scheiße. Boah, immer der Schrot hier. Okay, im Moment, im Moment läuft's, im Moment läuft's. Hu, 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 hu. Alter. Das ist ja richtig schwer. Und ich spiele auf normal. Ich will gar nicht wissen, wie es auf Hölle dann läuft. So, ich muss den Kameramann zurückholen. Okay, immerhin ist er erholt in der Runde hier. Ich kann mir jetzt aber auch keine Kisten mehr holen. Ich glaube, der steht da echt blöd. Oh Gott, wo soll ich den noch hinräumen? Holy shit. Ich glaube, das wird nichts mehr. Oh, fuck you. Fuck you. Ah, fuck. Das wird nix. Okay, wir lassen es auslaufen. Bin ich mal gespannt, äh, ob wir Geld bekommen und ob das bleiben wird. Mission gescheitert, kriege ich trotzdem Kohle. Das sind die scheiß Gold-Upgrades. Nee. Ich hab's einfach nicht geschafft. Dann müssen wir leider zurück. Und ich mach mal da weiter, wo ich, äh, gestern war. So, das hab ich, was hab ich denn alles durch hier? Die Sachen sind alle frei. Hier sieht man, was ich, äh, ah ja, was ich erreicht hab hier. Hier nur 2000. Hier nur 2000. Das Ding, wie gesagt, hab ich gestern, ich hab die Welle nicht geschafft. Ist ja auch blöd, weil hier nur diese Scheiß, ähm... Ja, ich sag jetzt Scheiß. Ja, sag ich wirklich Scheiß. Weil hier nur diese blöden Sheriff's sind, die überhaupt nichts aushalten. Oh, 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 oh. Ich glaub, auch das wird jetzt echt heftig hier. Ich probier's mal einfach. Welle 1. Welle 1. Grüne Zone. Hey, das ist... Was ist das für ein Dreck hier? So, ich nehm einen von denen. Die Tourette muss ich gleich dazu sagen. Die schießen nicht automatisch. Äh, die schießen automatisch, aber man muss, äh, in der Richtung hinweisen, wo die hinschießen sollen. Das ist dann so ein Laserstrahlen. Und immer, wenn da was dann vorbeiläuft, dann fangen die an zu schießen. Ansonsten schießen sie nicht. Und das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt, ehrlich gesagt. Okay, einen hab ich aufgestellt. Krieg ich noch einen hin? Ne. Der muss jetzt irgendwie alleine durch hier. Er sagt, Enemy Spotted. Oh, da kommt schon der Erste. Da gab's jetzt nichts für. Bisschen blöd zu sehen hier alles. Ach, hier war ich gestern. Ja, mehr oder weniger. Also so eine Endlich-Karte hab ich gestern auch schon gemacht. Oh ja, da kommen sie. Diese blöden Vögel, die nerven auch, ey. Ich will jetzt auch erstmal versuchen, kein Geld auszugeben. Die Typen mit der Kalaschnikoff, die sind auch richtig geil. Hier, diese Crawler, die halten auch richtig viel aus. Also verhältnismäßig. Und wahrscheinlich würde ich versuchen, hier meine Leute aufzustellen. Oder tatsächlich in diesem Dreierbereich. So, ich glaube, ich lasse es mal ein bisschen schneller laufen. Da kommt der nächste Crawler. Zack, zack, zack. Das sieht so bescheuert aus, wenn die laufen. Hier, zack. Puff und zack. Wir haben eine Kiste. Jetzt muss ich natürlich diese Kiste suchen. Wo sind die? Scheiße, wo war die Kiste? Okay, mit einem muss ich gleich diese Kiste holen. Ich habe den immer noch nicht fertig. Ich versuche es jetzt wirklich ohne irgendwas dazu. Wo ist diese Scheiße? Da ist die Kiste. Okay, wir lassen ihn jetzt schnell die Kiste holen. Okay, er hat jetzt die Kiste. Das ist gut. Ich will den einfach schnell weg haben. Verdammt! Verdammt kommen da viele. Also für einen ist es viel, sag ich mal so. Scheiße, das war eine Verschwendung. Ich hätte die zwischen die beiden werfen sollen aufgrund der Intonation. Aber okay, es sind noch acht Zombies. Es scheint keine Kiste vorhanden zu sein jetzt. Ne, sonst hätte ich was gehört. Gut, ich lasse dann nochmal einen Ticken schneller laufen. Da kommen die nächsten. Okay, das sind einfache. Die kriegt man natürlich ein bisschen schneller weg. Ich will unbedingt so einen Typen in der Kalaschnikow. Ich will einen Kalaschnikow-Typen haben. Ganz im Ernst. Ja! Endlich schon. Und hier, die sind auch ziemlich geil. Aber ich finde, die Kalaschnikow-Typen, die sind eigentlich noch einen Ticken krasser. Die sind geiler irgendwie. Aber die hauen noch richtig rein. Und man hört das schon. Der geht richtig ab. Der geht richtig ab. Jetzt sind die Zombies aber natürlich auch ein bisschen heftiger. Ich versuche jetzt ohne extra Geld auszugeben, hier wirklich durchzukommen. Das Feuer hält die auch ein bisschen auf. Das heißt, die nehmen einen weiteren Weg. Also mir ist aufgefallen, die laufen natürlich nicht durch das Feuer. Die nehmen also einen weiteren Weg. Und das macht sich da natürlich auch alles ein bisschen besser, weil man... Ja, wie soll ich sagen? Weniger mit denen beschäftigt ist. Oder mehr Zeit hat, auf die zu schießen. So ergibt es den. Aber hier eigentlich... Okay, sind ja nur noch neun Zombies. Da kommen jetzt ein paar ganz normale. Ja, ich werde demnächst auch mal gucken, wo dieser verdammte Shortcut für die... Ähm... Für die Kamera ist. Ich lasse mal schneller laufen. Je weiter man vor... Also... Vorschreitet, desto... Mehr müsste man ja auch gleich auch einsetzen können. Oder ich spiele den falschen Modus, wo echt nur drei möglich sind. So, die Welle habe ich auch geschafft. Welle 4. Würde ich hier jetzt reinnehmen. Nehme ich... Äh... Ja, würde ich annehmen. Würde ich hier reinnehmen. Ich finde die Kraschenkopf-Typen eigentlich geiler. Das ist der Spezialcharakter. Das sind die Rekruten. Das ist hier, äh... Infanterist. Okay, der Infanterist ist da. Man kann sich eigentlich gut einmümmeln, sag ich mal. Und er hat eine etwas höhere Reichweite mit seinem Gewehr. Das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, das schaffen wir hier ganz locker. Okay, ich gebe hier jeden eine Supply Crate. Ich habe auch schon mal einen sterben lassen, weil ich wieder einen von denen haben wollte. Man sieht aber auf drei limitiert, leider. Eigentlich brauche ich die Kohle, weil ich die aufwerten will, damit die später mehr Schaden machen. Ja, wo ist die Kiste? Noch schon wieder da oben. Ich muss die ja mal schnell hin und die holen. Wo sind die? Und dann schicken wir ihn auch gleich wieder zurück. Gut, wir haben die Kiste. Das ist gut. Jetzt haben wir Granaten hier. So, sind ja nur noch zwei Zombies. Schneller laufen lassen. Klingt natürlich witzig, weil die Soundseite auch schneller sind. Der ist weg. Diese Welle ist auch durch. Äh, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Wie viele Wellen waren das? Kann ich gar nicht sehen. Ähm, tatsächlich, wir sind nur zu dritt hier. Ne, dann würde ich lieber den aufhören. Den kann ich auch nicht mehr aufwerten. Schade. Ich meine... Entschuldigung. Ich habe etwas trocken im Hals gerade. Noch ein Stück trinken. Okay, jetzt werden es noch entschieden mehr hier. Ich will ohne Kisten. Ich versuche ohne Kisten durchzukommen. Ja, ich denke, das kann ganz gut klappen. Hier kommt es auch welche. Aber hier sind nicht so viele von diesen Crawlern. Crawler sind richtig eklig. Aber irgendeine Welle, die... Ne, das ist die fünfte. Hier müssen... Da kommt, glaube ich, ein Boss oder so. Ne, das ist der nicht. Aber die sind auch schwer. So, der Kollege. Auch befördert. Oh, ich komme noch ganz gut durch hier. Die Shot ist auch wirklich geil. Die Shotgun ist richtig geil. Ich meine, das ist ja noch relativ moderat. Ja, klar. Irgendwann muss man ein bisschen schneller agieren hier. Wegen den Zombiewellen. Weil die natürlich auch mehr Widerstandskraft haben. Aber ich will das ehrlich gesagt. Wenn ich das auf hart spiele, ich stelle mir das vor, ne? Wie brutal muss das eigentlich sein? So, wir lassen es ein bisschen schneller laufen hier. Irgendwo ist noch einer. Wo kommt er? Da läuft er. Und der ist gleich weg. Jetzt muss ich noch was trinken. Ja. So, weiter geht's. Sechste Runde. Sechste Welle. So. Zeit, hier aufzuwerten. Schade, dass ich nicht noch welche dazunehmen kann. Das ist eigentlich voll schade. Okay, er hat noch... Ich muss jetzt mal in eine Kiste zukommen. Das ist eigentlich besser wegen den Flammen hier. 43 Zombies müssen wir jetzt überstehen hier. Solange es noch so geht, werde ich nichts weiter verbrauchen jetzt hier. Mal schauen, was die alles aushalten, diese Mistviecher hier. Okay, der hat noch vier Granaten. Der hat gar keine Granate. Ich denke, wir kommen ganz durch. Achso, es gibt 15 pro gekillten Zombie. Und bei der Sache mit dem Kameramann gab es immer noch einen Dollar extra für jeden toten Zombie. Ich glaube, hier so kommen wir durch eigentlich. Ich lasse es mal schneller laufen. So, ich darf mal einen Molotov hier hin. Das tut doch die hinteren, auch wenn sie eigentlich nicht im Radius waren. Was natürlich auch ein schöner Vorteil ist. Okay, das kann ich nicht aufwerten. So, jetzt haben wir noch einen schlubberigen Zombie da hinten. Und er ist weg. Das war die sechste Welle. Und die siebte Welle. Sie werden immer widerstandsfähiger. Man merkt das schon. Man sieht das auch vor allen Dingen. Was ist das hier eigentlich? Achso, das Menü. Zurück. Zurück. So, ich werde jetzt richtig ausstatten hier. Oh, ich muss hier... Oh, fuck. Jetzt habe ich natürlich blöderweise das ausgegeben. Obwohl ich die Kohle eigentlich brauche. Ja, man sieht schon, das sind die härteren hier. 10.000 habe ich ja noch im Konto. Und ich hoffe, dass ich mir danach neue Einheiten holen kann. Das ist natürlich auch schwierig, weil die natürlich auch dann mehr kosten, wenn man sie wieder auffrischen will, ihr Leben auffrischen will und dergleichen. Da gibt es ja noch irgendwie so Tesla... Wie... Wie sind die denn? Habe ich jetzt gerade leider nicht im Kopf. Irgendwas mit Tesla war das. Oh, oh, der muss weg. Der muss weg. Der muss schnellstens weg. Ich glaube, den kriegen wir jetzt auch ganz gut weg. Kommt mal hinweg. Das ist so eine Art Boss. Ich glaube, das war einer der Bosse. Die sind richtig nervig, die Penisse, wollte ich gerade sagen. Die bösen, bösen. So, ich muss die, die Granaten verbraucht werden. Verbraucht haben müssen natürlich auch wieder dementsprechend viele Granaten bekommen. Irgendwo ist eine Kiste wieder. Ja, die könnte ich mir holen. Ich finde sie jetzt gerade nicht. Also, scheiße ich auch erstmal drauf, ehrlich gesagt. So, jetzt haben alle genug Granaten. Das muss reichen. Mehr ist aus den Jungs auch nicht rauszuholen jetzt hier leider. Siebte Welle geschafft. Das Einzige, was ich noch gemacht hätte, wäre... Weil 5 und 10 sind größer als man erwartet. D hier rausgenommen. Okay, 4 Wellenze. Und den hätte ich hier nach hinten genommen. Ich kann jetzt, wie gesagt, auch nicht mehr allzu viel machen. Ich kann mir halt nur noch ein paar Kisten anfordern. Das mache ich zwischendurch immer. So, wir haben also über 60 Zombies, die jetzt hier vernichtet werden müssen. Ich frage mich, ob man den hier auch wegnehmen kann. Also, eben gerade war das schon eine knappe Sack. Kann ich den hier rausnehmen? Ne, der ist dabei. Der bleibt dabei. Was ist das denn hier eigentlich? Okay, ich habe 3 Mollis. So, da sie hier... Man hat es gesehen bei dem Typen davor, dass sie um das Feuer herumlaufen. Dann... Ne, das Dynamite habe ich mir auch. Das schlägt jetzt nämlich die Granate. Ich finde die Typen richtig geil. Die finde ich richtig krass. Ich habe eine Granate verbraucht, also... Müssen wieder welche dazu. Der hat noch 6 Stück. Der hat auch noch 6. Leider hat er keine Spezial-Inklusiv-Dinger hier. Okay, sind nur noch 18 Zombies, das kriegen wir hin. Hier kommt schon gar keiner mehr. Doch! Der knallt die halt immer nur relativ schnell weg. Ich lasse es mal einfach ein bisschen schneller laufen. Ich glaube, wir kommen klar so. Ja, Leute, das funktioniert relativ gut. Mit einer Einschleitung mit Schaden-Hapart muss man natürlich wechseln. Also die dann austauschen. Die dann... Die dann...